Musik Acht auf! Musik Musik Komm es jetzt hier! Macht's hohen! Wohnt man hier! Seh auf! Kratten steigen! Musik 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 Unsere Truppenrücken zu Bravo 2 vor. Ich bin bei dir! Die Russen greifen eines unserer Ziele ab. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Sie haben Sektor Charlie besetzt. Sie sind gesichert. Sie sind in der Nähe. 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 Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Die Seite hat das Feuer eröffnet. Verküpfchen, Pheraporten! Puls, Achtung, Versacken! Wir sind rechts! Ich bin nicht auf! Wir müssen die Marierung hervor! Sie haben Delta 1 angegriffen. Wir müssen den Pheraporten! Wir müssen den Pheraporten! Kein Kontakt! Weit im Zielgebiet! Schickt keine Zeit, eine Einheit vor Ort! Imponiere den Pheraporten! Ich bin verletzt! Kann mir jemand helfen? Granate auf dem Boden! Unsere Streitkräfte haben gerade Delta 1 verloren. Verwündete Streitkräfte sichern Delta 1. Wir haben eben ein Ziel erobert. Wir müssen die Geräusche. Wir müssen die Überflug machenel. Wir müssen den Pheraporten. Ich bin die Berflug machenel. Ich bin die Verr kampen der Hand. Wir müssen die Verrampen. Wir müssen die Stцев nachzunen und daieren. Wir müssen die Bärläuten. Nehmt euch, was ihr braucht! Weil ihr für Truppen greift bei NECA 2 an! Wir erleiden Verluste! Rundfunk! Alles zu uns! Rückzug! Die Schlacht ist vorbei! Wir haben für heute genug Truppen verloren! Wir nehmen anybody! B molot voll und anders und gerät somit nach der Sch��schracht wurden 아빨 anorporen. In eine Fr Crownsvärw Abby gibt es gerade zu chύpen, aberומver Nutzen war,tauthurs zu geben! Und daOP hat er in seinen Barbarame nécessaire etwas, zusammengefahren! Anblat uns Auf Genius Geist von hinten wahr! Deveizung hat von dem, in die Zeit die 이거 spieland ho Shirley卡 und EA-��릴게요! Warum mighty-D enfrentet? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin ein Heidelberg, ich bin ein Heidelberg. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Das haben wir Scheiße! Unsere Feinde kontrollieren Sektor Alpha. Wir übernehmen die amerikanischen Truppen alle Sektoren. Wir testen Ihren Angriff auf Delta-1. Die amerikanischen Truppen zeigen erste Verschleißerscheinungen. Ziel gesichert. Wir haben Sektor Delta erhobert. Sektor Delta erhobert wird angegriffen. Sektor Alpha gesichert. Oh Scheiße! Delta-1 von feindlichen Kampfgruppen ist überdommen. Wir verhindern, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Unsere Truppen greifen Delta-1 an. Da hat sie mitgeworfen! Sektor Alpha. Sektor Alpha. Sektor Alpha. Wir haben Sektor Alpha komplett eingenommen. Sektor Alpha. Keiner von uns ist gefallen! Ich brauche euch eine Magierung! Wir attacken, Delta 2! Hier geht's nicht weiter. 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 Hier geht's. Untertitelung. BR 2018 Mission erteilt. Ich bin bereit. Mission erteilt. Busch Mission erteilt. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist die rote Linie. 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 Ich schaff's nicht! Hilf mir! Wir haben soeben Sektor Delta eingenommen. Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle. Lasst mich hier nicht sterben! Ich schaff's nicht! Feindlicher Panzer gesichtet. 90 Grad. 150 Meter. Gegner haben Sektor Delta besetzt. Die Russen greifen eines unserer Ziele ab. Verteidigt das markierte Ziel. Wir werden von hier aus alles überwachen. Wir haben ein Ziel verloren. Wir haben ein Ziel verloren. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Sektor Charlie ist unter unserer Kontrolle. Ziel markiert! Vorrücken! Wir haben ein Ziel übernommen. Wir kontrollieren nahezu alle Sektoren. Seht zu, dass es so bleibt. Wir machen uns. Wir werden es hat. Wir müssen das wegwachen. Wir müssen unsere Verbesserung verlassen. Wir müssen unsere Verbesserungen setzen. Wir müssen unsere Verbesserungen setzen. I'm hit bad here! Ich brauche einen Ranger in meiner Markierung! Rektor Bravo ist in Feindeshand! Die Russen haben 50% ihrer Einheiten verloren! Wir müssen endlich Sektoren sichern! Feind hat Mehrheitskontrolle! Die Russen sind in Feindeshand! 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 Sektor Delta unter alliierter Kontrolle! Wir greifen bei Bravo 1 an! Die Russen sind in Feindeshand! Die Russen sind in Feindeshand! Er kommt nach vorne! Wir haben gerade die Kontrolle über ein Ziel verborgen. Russische Truppen haben ein Ziel erobert. Gesamtressourcen nur noch bei 50%. Die Russen haben Sektor Delta. Verbündete Streitkräfte sichern Delta 1. Was ist das? Ich kann! Dammit! Ich bin, ich bin! Stay away from me! Stay away! Stay back! Fuck, got it! Fuck, got it! Ziel gesichert. Vorrücken und das Ziel wird sichern. Augen aufhalten. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Eines unserer Ziele wurde angegriffen. Granate wird geworfen! Feindliche Einheiten haben ein Ziel erobert. Ziel neutralisiert! Sektor Bravo besichert! Großteil der Sektoren unter unserer Kontrolle! Lass mich! Schau, gut! Wir müssen ihn, Opinion! Stimm es! Feindliche Kampfverbände attackieren eines unserer Ziele. Wir haben Sektor Alpha eingenommen. Das war's. Das war's. Russischer Angriff auf eines unserer Ziele. Das war's. Russischer Angriff auf eines unserer Ziele. 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 Narkier, ein Feind! Ressourcen für Versorgungsabbruch verfügbar. Wir kontrollieren den Großteil der Sektoren. Unsere Truppenhabensektor Hecho vollständig eingenommen. Das ist großartig! Wir haben fast alle Sektoren gesichert. Es gibt den Russen keine Chance, sie zurück zu erobern. Die Russen greifen eines unserer Ziele an. Der Ratsch ist ein Schmerz, der sich in der Verteidigungen umgehebt. Das sind die Lauf. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wir haben die Kontrolle behalten, wir haben hier die Runden geschlagen. Wir haben mega Kilo. Wir packen ihre Reserven an, das ist ihr letztes Aufräum. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Schaden von vorne! Die Kilo-Delta ist bei der Zeit gefallen. Ziel hält die Karte nicht mehr aus! Sie ziehen sich zurück! Gute Arbeit, No Pets! Ihr habt euch einen Haufen Freunde ge- Ihr habt euch einen Haufen Freunde ge-